Entnehmt den Chongpong raus. Haaaaaaah... Den Resetter. Das war ja mein Hauptgrund, weswegen ich den genommen habe. Schon wieder einer mit G-Wings. Mein Gott, ey. Was ist denn hier los? Ok... Reicht das, um sie rauszunehmen schonmal? Joa, reicht. Das ist gut. Ok, leider... Ja... Das... Gestatt' ich. Ist ok. Wen will... Also er kann jetzt einen wegnuken. Und das ist Sierra. Ok. Sierra will er mit Molong rausnehmen. Sehr wahrscheinlich. Was ist da? Schade. Ja, ist nett gemeint. Ist nett gemeint. Ja, ein Mini-Pushback. Kann er immerhin jetzt erstmal nicht vormwandeln. Kann diese Runde nicht vormwandeln. Gut. Das war mein Ziel. Diana hat Strip jetzt ready, theoretisch. Ok, der Proc von der war wieder ein bisschen nerviger. Muss ich sagen. Die Frage ist, nimmt Molong tatsächlich jetzt noch die Dings raus? Ich schätze nicht. Ach, ich kann nicht procken. Oh, da geht er jetzt zum Beispiel auf den Beißen oder so. Ok. Er macht das so. Ok. So ein cooler... Also, ist ein guter Proc. Ich weiß, dass ich nächste Woche... Äh, nächste Woche. Nächstes Mal ready bin. Nächste Woche. Ich bin nächste Woche ready, man. Freut euch drauf. Ok, wir machen das. Slow. Das ist fein. Ja. Sie ist auch die mit dem Detonate. Und ich gehe safe und kill dieses blöde Pferd raus. Und GG. Ok, cool. Ne, aber dann sollte er ihn jetzt auch nicht machen. Hä? Ja, du sollst... Du komm mal dran. Jetzt genau dasselbe passiert wie bei mir eben. Genau dasselbe, Mann. Ach. Ja, nur, dass der nicht gestunnt wird. Aber egal, der ist down. Okay, Death Breaks drauf. Was ist dann? Nice. Oh, sogar Pushback. Brauchst du ihn. Ähm... Oblivion. Nein. Verdammt. Ich habe doch ein Restlied, ne? Warum trifft der alles? Was... Ah, okay. Gut, ja. Gut, gut, gut. Alles gut. Wollte schon sagen. Ähm... Pushback. Schade. Stun. Glancing. Okay. Weiß nicht, ob jemand Schild ready ist. Ja, ist so. Okay. Ähm... Okay. Oh, nice proc. Oh, nice proc. Oh, nice proc. Ich habe den Span reingedrückt, ey. Ich fass es ja nicht. Ich fass es ja nicht. Und der auch, ey. Krass, ey. Kack, Kinky, Alter. Boah. Okay, das ist gut. Ja, schade. Der Kinky, ey. Der Schaden von der Bombe war abnormal. Wie viel hat der gemacht? Das war ja fast 20... Mehr als 20 K. Aber... Keine Ahnung, wie die geruht war, ey. Okay. Okay. Wir nehmen es einfach mal hin. Ist dann jetzt die Lulu. Easy peasy. Bam. Ja, okay. Naja. Auch raus hier. Bisschen Pushback auf Lulu. Nice. So ganz slow hinterher. Sehr schön. Machen wir mal hier so. Deathbreak, Oblivion. Sehr cool. Babam. Wir haben wieder Speed. Ähm... Stun. Nö. Reicht das? Sehr schön. Ja, ja. Problematisch ist hier. Schade. Schade. Mhm. Die Wille oben wird man nicht loben, ne? Mhm. Ist da. Ja, okay. Da hab ich zwar nicht hingeguckt. Ah, okay. Und... Dann. Oh, nice. Und... Dann. Irgendwie. Slow. Nice. Deathbreak. 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 Mit dem ersten natürlich. Wer kennt ihr nicht? Den legendären Deathbreak. Auf dem ersten. Wir standen. Fuck. Fuck ey. Was ist da an? Oh. Machen. Komm, mach Reckless. Oh, was? Keiner. Reckless. Uh... Provo. Verdammt. Cool. Now is done. Deathbreak. Absorb. Ja, ein bisschen. Sehr schön. Stun. Man. Stun die Alte doch. Ja, ein Provo. Cool. Stun... Stun Pushback. Irgendwas. Und Slow. Oh, die braucht er jetzt sowieso. Ne. Stun. Verdammt. Oh. Nö. Stun. Ich muss auf den Stun hoffen. Ja, auf den Fallchen. Eigentlich auch egal. Na ja. Lulu Geschisse, Mann. Oh, wer spielt Lulu, Mann? Man muss Lulu spielen, oder? Was anderes bleibt einem ja gar nicht übrig. Man muss Lulu spielen, oder? Das ist so behindert, diese Meta, ey. Also, wenn die Lulu nicht nerven, war es das für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auf so... Nochmal so eine Season habe ich keinen Bock. Oh, ich hoffe wirklich, dass da... Also, die müssen was da dran machen. Das ist ja Fakt. Ich hoffe, sie machen es auch. Wenn nicht, bin ich raus. Also, wenn nicht, dann bin ich raus. So viel kann ich schon mal sagen. Also, wenn nicht, dann bin ich gar nicht. Den falschen. Verdammt. Vielleicht das? Ne, ne? Im Provo wäre besser gewesen. Na ja. Ach ja. Ach ja. Okay. Gut. Ja, das ist... Tut weh, aber ist okay. Das ist uncool, der Proc. War nicht... Nötig, sage ich mal. Wir haben nochmal einen Strip, bevor ich eventuell gleich sterbe. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob es derselbe war. Wenn ja, dann hat der... Es lag Samu Long, hauptsächlich. War das jetzt derselbe, gegen den ich gerade gespielt habe? Das ist Community, meine Kämpfe. Ja, war derselbe. Ja. Kinky, Molon, geschitte da. Antares hat da eben schon gespielt. Ja. Ja, okay. Ne? Doch hat der. Ne kleine Wille. Aber das wird die... Bin ich... Ne, bin ich nicht. Ähm, wird Tiana jetzt sowieso rausnehmen. Also ich kriege einen Pushback hin. Schade. Ich sage ja, also ich kriege einen Pushback hin. Das ist auch sehr beliebt derzeit, by the way. Okay, ich cutte nochmal das ganz gut. Jetzt die Frage, was ich eher stunn möchte. Und ich schätze eher sie. Ähm, dass viele... Okay. Dass viele Tiana derzeit bauen. und sie nicht auf Wille bauen. Genau gegen solche Fälle zum Beispiel. Weil damit habe ich natürlich jetzt Probleme, ne? Sowas halt. Pfff, danke. Oh ja. Nice Damage. Nice. Krass. Ja, cool. Cool, cool. Der Rest ist ein bisschen kacki. Wer hat einen Proc verhauen, sage ich mal. Das Ding ist, es ist kackigein. Wer stunn ich die Fran jetzt nicht oder die Sierra prockt raus. Oder ich stun die Sierra nicht. Aber das ist mir eigentlich egal. Ja. Die Fran muss resettet werden. Hat sie resettet? Habe es nicht gesehen. Habe es nicht gesehen. Kann jetzt Tiana rausnehmen. Wenn sie möchte. Kann aber auch controlen. Okay. Oder trifft nicht. Könnte ich sein. Gerade. Erinnert mich sehr stark an mich gerade. Was da gerade passiert. Ich hoffe, der andere es cuttet jetzt. Aber das Gute ist, sie hat auch nicht geprockt. Das ist gut für mich. Cutte doch mal da jetzt. Okay, gut. Danke. Weil, ich wollte nämlich wissen. Äh, wie viel Damage das macht. Disco Pro. Ah, kein Pushback. Ich wollte die nochmal lappen irgendwie. Ich gebe ihr jetzt mal die Bombe, falls sie progt. Schade. Natürlich progt sie jetzt nicht. Bin ich schon mal schneller mit Fran? Bei irgendwas? Nee, ne? Nee. Cleans. Cleans sie oder macht sie Wille? Ich hoffe, sie macht... Cleans. Macht gar nicht. Ach, die war resettet. Um ein? Oder um mehrere? Okay, um eine Runde war sie resettet. Okay, sie macht aber auch die Wille eher. Okay. Dann ist sie auf jeden Fall dead. Aber ich gehe nochmal sicher. Sie ist auf jeden Fall dead. Hier kann ich nochmal strippen. Und proggen. Hm. Anderes. Auf den fokussiere ich mich jetzt gleich, by the way. Keine Angst. Also der ist jetzt mein nächstes Ziel hier. Ich wollte gerade sagen Progg, aber Progg geht ja nicht. Der Progg geht ja nicht irgendwie. Okay, wir haben sogar nochmal... Außer er kattet mich jetzt weg. Nö, nochmal die Chance, die Fran eine Runde zu stun. Super. Sehr ready der mit dem dritten. Sehr schön. Wir haben die Fran getötet. Ah, okay. Wow, wir sind bei... Tatsächlich mit Plus Minus Null. Ein bisschen schlechtere Win Rate. Ah, ne. Ich will wenigstens einen Plus sein. Komm, einen Kampf machen wir noch. Einen Kampf machen wir noch. Und der Han. Dafür hasse ich ihn jetzt schon. Aber ich denke, das ist bewusst. Aber ich denke, dat ist bewusst. Oh, cool. War super getunt, aber das muss man lassen. Ich versuche ihn, dass man die Chance hat. Und das wäre aus. Aber ich glaube, es wäre vieles für uns als das andere. Oder das wäre nie. Aber ich möchte mich jetzt mal zum Teil des Endes. Weil ich mich fuhren. Und das wäre sehr tödlich. Und es wäre für uns, hier. Und das wäre alles. Und das wäre, das wäre vielleicht auch ein kleineser. wie ich sagen aber sind die falschen prox a danke Irgendwann ist auf destroy wer von dem ist denn auf destroy ist das ist das der leiker so Jetzt der leiker ich hoffe ich krieg man es dann auf ihn das gut pushback nice prox GG wow wow okay wir haben heute minus gemacht ich freue mich okay sehr schön das war schön oh ja das war schön oh das war super okay gut ich bin durch haut rein tschu diese season oh